Ja, ihr kriegt gleich noch mal was. Guck mal, wie süß! Ist das süß oder ist das süß? Ja! Ja! Guck mal, hier sind die kleinen Schweinchen. Die fand ich hier auch so putzig, ne? Hängeampel, genau. Aus Naturweide. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Und sogar mit Folie ausgeschlagen, dass man es bepflanzen kann. Okay, das ist sogar zu ungemütlich hier geworden, ne? Der Wind ist eiskalt. Oh! Ein bisschen Popi-Popi-Folie. Guck mal, sind die kleinen Schweinchen. Die sind so niedlich. Ja, die haben wir eben auch.